Grüßt euch, liebe FCA-Fans, zum heutigen Heimsieg gegen die Berliner Hertha. Die große Hauptstadt ist ja in fußballerischer Hinsicht heuer mehr so ein kleines Bärle, dem schon öfter die Berliner Luft ausgegangen ist. Weil ich aber ein sehr großes schwäbisches Herz habe, möchte ich dem Bärle heute mal mit ein bisschen Augsburger Luft helfen. Die drei Punkte habe ich aber so was von fest eingeplant und mit dem Augsburger Lindenholzkopf sollte man sich auch als Hauptstadt-Bärle besser nicht anlegen. Nach der Niederlage wird die Heimreise nach Berlin dafür umso schneller und schöner werden und dank dem neuen Berliner Hauptstadtflughafen gibt es für das Bärle sicherlich auch eine sichere Landung. Auf geht's Jungs, sorgt für einen bärigen Fußballnachmittag und dann heißt es am Ende 3 zu 1 und zack und hui Pfiat zu euch, servus!